Ja, hallo zusammen und wie im letzten Jahr gibt es meine Meinung zu der diesjährigen Entertainment Electronic Expo. Und zwar wie letztes Jahr nur von Nintendo, weil ich mir nichts anderes angeschaut habe. Ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich hab's mir nicht live angesehen, weil ich heute weg war. War halt ein sehr überraschender Ausflug und ich kam nicht um 18 Uhr an. Und das habt ihr jetzt vielleicht gehört, das war mein Handy. Wir diskutieren gerade über die angekündigten Spiele, sowie über die verschiedenen Releases von manchen Spielen. Also nicht wundern, ich hab jetzt einfach keinen Bock das auszustellen, also mein Handy auf lautlos zu stellen. So, die meisten Spiele, die hier angekündigt worden sind, waren ja größtenteils neue Spiele, größtenteils auch altbekannte Spiele. Die altbekannten Spiele kommen 2014 raus, größtenteils, und die neuen Spiele 2015. Da muss man sich halt manchmal gedulden. Ich werd's übrigens nicht in der Reihenfolge sagen, wie was präsentiert worden ist, weil man das einfach nicht so gut verfolgen kann. Nintendo hat ja dieses Jahr sich wieder ein eigenes Süppchen gekocht, abseits der normalen Pressekonferenzen. Wie sich's ja eigentlich für Nintendo jahrelang gewohnt hat. Doch im letzten Jahr haben sie eine Extra-Direct gemacht, also 45 Minuten, war etwas kürzer als eine normale Pressekonferenz. Und dieses Jahr haben sie so ein sogenanntes Digital Event gemacht. Und damit haben sie praktisch noch mehr die Zuschauer eingebunden, auf Twitter ihre Meinung dazu zu sagen. Und wie gesagt, das was ich jetzt sage, ist in einer komplett zufälligen Reihenfolge, also nicht wie es vorgestellt worden ist. Vielleicht werd ich's nach Genres sortieren, aber ich denke mal, eher nicht. Es wurde auch erst manches später angekündigt, also nicht im eigentlichen Digital Event. Danach folgte ja auch noch ein Treehouse-Event, wo halt nochmal Smash Bros. besprochen worden ist. Ihr seht jetzt auch momentan Bilder von den verschiedenen Spielen, die vorgestellt worden sind. Da hat er keine Trailer, da die ja wie gesagt unter das Copyright fallen. Schaut mal auf Dom Tendo vorbei, dort wurden alle hochgeladen. Vielleicht auch mit seiner eigenen Meinung, weil ich bin ja jetzt nicht so der professionelle Game-Reviewer. Aber fangen wir mal an. Ich hab jetzt genug auf die Folter gespannt. Beginnen wir doch einfach mal mit Smash Bros. Das sind ja die größten Veränderungen erfolgt. Nicht nur softwaretechnisch, sondern auch hardwaretechnisch. Ich muss auch zugeben, ich hab mir das in komplett Englisch angeschaut, also nicht mit deutscher Untertitelung. Und daher, ja, hab ich das nicht alles ganz verstanden, aber ich kann es euch gut wiedergeben. Also Amiibo, fangen wir mal damit an. Ihr kennt ja dieses NFC-Ding, das auf dem Wii U Gamepad drauf ist. Das wird auch dazu, das wird auch in Smash Bros, oder das wird in Smash Bros endlich mal verwendet. Das erste Spiel, wo es ja verwendet worden ist, war ja Pokémon Rumble für die Wii U. Und jetzt wird das praktisch international etabliert, weil es gab ja nicht diese Pokémon-Figuren in Europa. Und diese Amiibo-Figuren leitet sich natürlich ab vom spanischen Wort Amigo für Freund. Das sind praktisch solche Figuren von den verschiedenen Nintendo-Helden, die praktisch so eine Art zweite Helfer-Trophäe sein sollten, sollte man mal verlieren. Also es wurde ganz schön episch gezeigt. Neben dem neuen, was es ja auch in Smash Bros gibt, nämlich man kann auch mit Mies spielen. Hätte ich eigentlich nicht gerechnet, weil die ja eigentlich schon in fast jedem Spiel verwendet worden sind. Aber die Entwickler waren wahrscheinlich so begeistert von der Idee, mit sich selbst anzutreten. Also, das ist ja schon mal was. Und mit den Amiibos kann man praktisch die eigentlichen Helden der Spiele auf die Felder rufen und die machen dann halt irgendwas. Ich habe es auch nicht so ganz mitverfolgt. Auf jeden Fall werde ich mir keine von diesen Figuren kaufen, es sei denn, sie kosten 2,50 Euro oder halt billiger als 10 Euro. So, und dann, wenn auch, dann nur eine einzige Figur, einfach mal um es auszuprobieren, weil das wird ja ganz schön kostspielig und ich weiß auch gar nicht, wo ich die ganzen Figuren verstauen soll. Jedenfalls, coole Idee, aber das ist schon sehr geklaut von Skylanders und Disney Infinity, die sich jetzt auch diese, in den neuesten Ablegern, diese NFC-Schaltfläche zu nutzen machen. So, an sich zu Smash Bros. kann ich sagen, es wurde ziemlich viel zum 3-Desk gezeigt und auch der Release-Termin für den 3-Desk genannt und da bin ich ganz schön sauer. Der 3.10.2014. Super Nintendo. Erstens, ihr habt doch gesagt, es kommt im Sommer. Und zweitens, wir Deutschen können einen Tag warten. Denn ihr wisst ja, am 3.10. ist ja der Tag der deutschen Einheit. Also muss ich am Samstag wieder reinlaufen und mir das Spiel kaufen, beziehungsweise wenn ich mir es über Amazon vorbestelle, bekomme ich es vielleicht schon am Donnerstag. Davor, am 2. Oktober. Wenn der nicht unter einen Brückentag fällt, aber ich denke mal nicht. Also schultechnisch, damit ich es zocken kann. Und Wii U bleibt weiterhin im Winter. Warum man Smash Bros. für 3-Desk verlegt hat, kann ich nicht verstehen, aber kommen wir zuerst mal zu den neuen Kämpfern. Kämpfer neben dem Mii-Charakter. Also sieht ganz schön schlecht aus für die uralten Veteranen wie Captain Falcon und Pummeluf. Denn eine neue Charakterin von Kid Icross wurde bestätigt. Und zwar Palutena wurde in einem schönen Anime-Trailer gezeigt. Und wenn ihr täglich neue Bilder sehen wollt, auf der offiziellen Smash Bros. Seite wird jeden Tag ein neues Bild veröffentlicht. Ist das nicht toll? Ich finde es toll. So, mit was machen wir denn weiter am besten mit Mario? Da wurden ein paar Spiele vorgestellt. Unter anderem auch Spiele, die nicht in der Direct oder im Digital Event vorkamen. Meine Güte, letztes Jahr habe ich es mir angewöhnt, Pressekonferenz zu sagen. Jetzt bin ich voll mit Direct, weil es gibt ja keine Pressekonferenz mehr von Nintendo. Mario vs. Donkey Kong. Habe ich noch nicht gesehen, werde ich mal gucken. Aber es scheint sich wahrscheinlich nicht so sehr vom eigentlichen Prinzip der bisherigen Spiele abzuweichen. Also, ja, es ist wahrscheinlich wieder so eine Art Geschicklichkeitsspiel. Mehr kann ich mir darunter nicht vorstellen. Was viele freuen wird, ist Mario Party 10. Wurde auch nicht gezeigt. Scheint nach dem alten Prinzip von Mario Part 9 zu laufen. Ja, aber es muss ja eine Mario Party für die Wii U geben. Und ich finde es auch gut, dass die Serie jetzt wiederbelebt wird. Hoffentlich gibt es da auch noch ein zweites Mario Party. Aber man muss erst mal gucken, wie sich Mario Party 10 verkauft. Ist ja natürlich ein Jubiläum. Was ich und Luca, weil Luca und ich haben es zusammen angesehen, also Bau 6D Millennium, war der Mario Maker. Das ist wirklich mal so ein Spiel, so ein richtig innovatives Spiel, wo man seine eigenen Mario Stages entwerfen kann. Also Mario 2D Jump'n'Run Stages oder Level, die man dann jeweils in 8-Bit oder im neuen HD-Look abspielen kann. Das sieht vor allen Dingen interessant aus, wenn man sich so die Röhren dagegen stellt. Das wird ganz interessant werden, wenn ihr einen Freund einladet und der dann eure Stages spielt. Oder zum Beispiel eine Horde von Koopas, die aufeinander gestapelt sind. Oder wenn ihr zum Beispiel, was ich auch sehr witzig fand, wenn ihr die Zielflagge erreicht habt, könnt ihr tatsächlich eine Mauer bilden, damit Mario nicht durch das Mini-Castle läuft. Sieht sehr witzig aus. Den praktischen Nutzen habe ich da allerdings nicht gesehen. Kann man anscheinend ziemlich verbacken. Hoffen wir mal nicht, dass es ein Nintendo-E-Shop-Spiel wird. Von den Nintendo-E-Shop-Spielen kann ich übrigens auch nichts sagen, weil das sind ja größtenteils sowieso nur Drittherstellerspiele, die sowieso einen eh zu langen Titel haben. Genauso wie ein komplett neues, oder eher gesagt altes French-Eis, was von Nintendo etabliert worden ist. Nämlich Captain Toad Treasure Tracker. Das kommt, glaube ich, im Herbst dieses Jahres raus. Ich habe mir den Termin nicht gemerkt, aber ihr kennt doch diese Geschicklichkeits-Passagen mit Captain Toad in Super Mario 3D World. Davon gibt es jetzt ein eigenes Spiel. Ich weiß nicht, ob es ein DLC ist oder ob es ein tatsächlich eigenständiges Spiel ist. Wenn ja, kaufe ich es mir nicht. Es ist einfach... Ich kann damit nichts anfangen. Wir haben die... Mich haben die Level genervt, weil der kann einfach nicht springen, der kann sich nicht wehren. Und von Shy Guys verfolgt zu werden, finde ich auch nicht so toll. So, zu den Zelda-Spielen. Da gab es eine etwas positivere Überraschung, allerdings eine etwas negativere. Gleichfalls. Das neue Zelda wurde vorgestellt. Da war ich am Anfang enttäuscht. Weil die Grafik... Ich mag halt diesen Zelda-Look von Skyward Sword nicht. Der hat auf der Wii ganz gut gepasst, aber auf der Wii U wünsche ich mir schon wieder so einen Real-Life-Zelda wie Twilight Princess. Und da macht das neue Zelda, wie auch immer es heißt, einfach einen etwas schlechteren Eindruck. Außerdem. Es scheint sehr futuristisch zu sein und einen etwas jüngeren Link zu beinhalten. Weil da kommen auch voll so die... Also, ich habe zum Beispiel gesehen, die Pfeile von Link, das sind ja eher solche elektronischen Sachen. Aber das hat man auch irgendwie in Zelda-Skyward Sword eingebracht. Es soll auch, glaube ich, offener werden. Ich habe halt nicht so sonderlich viel aufgenommen. Der Eiji Aonuma hat ja auch auf Japanisch geredet. Soll mir recht sein. Ist ganz... Ich denke mal, es ist ein ganz cooles Spiel. Bis 2015 kann sich da alles verändern. Jo, ist cool. Pokémon Art Academy möchte ich übrigens nicht zu sprechen kommen. Dazu kann man eigentlich auch nichts sagen. Und ich werde es mir auch nicht kaufen. Tatsächlich das erste Pokémon-Spiel, das ich mir nicht kaufen werde. Weil es ist ja eigentlich nur was zum Zeichnen. Aber kommen wir zurück zu Zelda. Hyrule Warriors hat einen Zweierspieler. Ist cool. Dann könnte mit einem Freund aufs Gemetzle losgehen. Also ich denke mal, das lässt sich ganz gut fahnen. Wenn es im August rauskommt, werde ich es allerdings nicht spielen, weil ich da im Urlaub bin. Und so weiter und so fort. Was lässt sich dazu eigentlich noch sagen? Es gibt verschiedene Charaktere. Man kann Midna spielen. Man kann Link spielen. Man kann sogar Zelda spielen. Und die Charaktere sehen relativ gut aus. Also es sieht grafisch schon mal besser aus als das neue Zelda. Bayonetta 2 kann ich relativ wenig dazu sagen. Denn ich bin immer noch kein Fan von dem Spiel. Ich weiß einfach nicht, was das soll. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Was ich aber cool finde ist, nicht nur, dass es 2014 schon rauskommt, auch wenn ich es mir nicht kaufen werde. Sondern, dass auch der erste Teil beinhaltet ist. Also der erste Teil, den man ja von Playstation 3 und Xbox 360 kennt, ist da auch mit drauf beinhaltet. Also der erste Teil, den man ja von Xenoblade Chronicles kennt, ist da auch mit drauf beinhaltet. Also der erste Teil, den man ja von Xenoblade Chronicles kennt, ist da auch mit drauf beinhaltet. Und zudem hat man am Anfang des Trailers sowieso ein bisschen an Metroid angespielt. Fand ich schade, dass kein neues Metroid Prime angekündigt worden ist, weil Samus könnte es gebrauchen. Metroid Other M ist ja nicht so die Metroid-Kost, die man die letzten Jahre gewohnt war. Ja, finde ich ganz cool, auch wenn es eh sowieso nur animiert war. Das sind keine In-Game-Szenen oder so in der Art. Mal sehen, was Monolith damit denn bezeugen möchte. Yoshi's Wally World und Wally World, nicht Wally World, das wäre noch ein komischer Name. Also Yoshi's Wally World, ich muss mich an den Namen gewöhnen, wurde ja schon im Januar 2013 gezeigt. Dann wurde eineinhalb Jahre der Mund zugehalten bezüglich dieses Spiels. Also es wurde ja gesagt, dass es, also man hat natürlich die Parallelen zu Mario gezogen. In Mario hat man halt den Zeitstress. Und in Yoshi's Wally World soll man einfach erkunden, das war wahrscheinlich auch schon in Kirby's Epic Yarn oder Kirby und das Magische Garn das Ziel. Übrigens, Yoshi's Wally World entstammt von denselben Entwicklern wie Kirby's Epic Yarn, nur dass es halt etwas schöner aussieht. Ich sag jetzt einfach Epic Yarn. Da kommen aber auch ziemlich viele Mario Gegner vor, also so ganz Yoshi-artig ist das nicht, aber es behaltet natürlich das Grundprinzip und es gibt auch eine Zweier-Spieler. Alles cool. Allerdings braucht es noch ein bisschen für 2015, damit es auch schön optimiert wird. Kann man halt ziemlich viel erkunden. Soll ein, eines der wenigen Spiele sein, die zweidimensional sind, bei denen man eine Open World gut erkunden kann. Ich hoffe es zumindest. So, was haben wir denn noch nicht abgehakt? Ich weiß, es gab da noch was, aber ich geh jetzt mal durch den Stream hier durch. Ach ja, übrigens mit Bayonetta kann man auch Link spielen. Ja, das soll wahrscheinlich das Exklusive sein auf der Wii U, aber es ist sowieso Nintendo-exklusiv. So, letzte Worte, die ich, okay, Splatoon, oder so heißt es doch, also das ist so eine Art Online-Shooter, der geht glaube ich nur online. Ist so eine Art Achtergemetzel. Und da muss man halt, ja, die Stage mit Farbe füllen. Und derjenige, der am Ende den meisten Prozentsatz an Farbe hat, gewinnt. Da kann man sich halt abballern und halt in Tintenfische auch verwandeln, um miese Commandos von hinten auszuführen. Und eigentlich alles ganz okay, aber ich werde es nicht spielen, dass es sowieso wahrscheinlich nur ein E-Shop-Titel wird und es nur online geht. Also so eine Art Garden Warfare für die Nintendo Wii U, weil die Nintendo Wii U bekommt es wahrscheinlich auch gar nicht. So, letzte Worte, weil ich habe es gerade im Stream ein bisschen nachgesehen zu Pokémon, ähm, wie heißt es nochmal? Pokémon Omega, Saph... Ich muss mal schön blättern. Verdammt. Wo steht es denn? Wo steht es denn? Ach, Mensch, ich muss hier gerade den Stream verfolgen. Ja, Omega, Rubin und Alpha, Saphir. Mensch, sind das verwirrende Namen. Hätte nicht einfach Magma, Rubin und Aqua, Saphir gereicht. Also, ich habe es ja schon in meine News reingeschrieben. Diese Seite empfehle ich euch übrigens hier zu verfolgen. Da stehen ja meistens die... Da, sage ich euch nochmal, detaillierter meine Meinung. Also, das Video sollte eigentlich objektiv auf euch wirken. Oder so in etwa. Einfach nur so mal die Details aufgelistet, nicht so großartig. Eine Meinungsmache bilden, weil... Das kann ich sowieso nicht. Ich habe die Spiele nicht gespielt. Ach ja, da gibt es ja noch ein Spiel von Kirby, auf was ich noch kommen möchte später. Doch zuvor erst mal Pokémon. Pokémon. Es kommt also doch nicht in Europa am 21. November raus, muss ich erstmal korrigieren. Also, weltweiter Release sieht nicht danach aus. Also, am 21. kommt es, glaube ich, in Amerika und Japan raus und wir müssen eine Woche warten. Am 28. November 2014, also knapp am Ende von November, kommt es bei uns raus. Und zu den Mega-Entwicklungen kann ich nur sagen, Gewaldroh, cool, Pflanze Drache, gepusht. Ich hoffe nur, dass sie Sumpex nicht abpuschen, weil das wäre irgendwie blöd. Ich meine, der war ja voll der Basher in der dritten Generation. Aber er sieht einfach irgendwie ein bisschen fett und klobig aus. Naja. Also, wie gesagt, grafisch sieht es ganz gut aus für 3D-Verhältnisse. Aber man hat sich sehr an X und Y orientiert. Es gibt auch wieder alte Arenaleiter und Troy scheint wieder der Champ zu sein. Was ich mir nicht erhoffe, weil ich bin, ich gehe davon aus, Gewaldroh zu nehmen. Und daher möchte ich gerne gegen den, ähm, wie heißt es nochmal, gegen Vasili kämpfen. Ja genau, Vasili, dieser Wassertrainer, der ja der 8. Arenaleiter in Rubin Saphir war. Aber da müssen wir uns erstmal überraschen lassen. Es müssen weitere Directs erfolgen, sagen wir einfach mal so. Und dann noch das letzte Spiel, das hier auf dieser Nintendo-Webseite drauf ist, nämlich das neue Kirby. Ich weiß noch nicht, wie der englische Titel nochmal lautet. Ich gehe mal da geschwind drauf. Kirby vorläufiger Titel, zumindest im Deutschen. Und da spielt man eigentlich, ähm, nicht nur indirekt Kirby, weil man steuert Kirby in so einer Art Kugel. Es gibt natürlich auch Power-Ups wie den Panzer. Oder halt ganz schön verschiedene Sachen. Aber Kirby in eine Kugel zu steuern, da kommt halt wieder dieses Monkey-Ball-Gefühl auf. Halt nur in 2D. Auf dem Gamepad muss man halt solche Linien zeichnen, damit es sich fortbewegt. Halt so wie eine Murmelbahn eben. Ja, sorry Erik, aber ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen. Muss ich einfach mal sagen. Und dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Gibt es eigentlich... Ich gehe nochmal ganz kräftig durch. Ach ja, Miyamoto wurde ja nochmal am Ende gezeigt. Und der hat ja gesagt, es befindet sich ein neues Spiel für Wii U in Entwicklung, was sich ja, ähm, was ja die Fähigkeiten des Wii U Gamepads ausnutzt. Und das haben sie leider richtig schlecht verpixelt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil... Weil nämlich... Es so aussieht, als wäre es ein Star Fox. Und Shigeru Miyamoto habe ich ja mal in der Enzon gelesen. Der war ja auch bei Star Fox 64 bei der Bewegungssteuerung beteiligt. Der hat ja auch schon sein Statement dazu geäußert. Also, ich bin sicher, es wird ein Star Fox. So, dann gibt es jetzt eigentlich nur noch eine einzige Sache, die ich sagen möchte. Und zwar, wie das Ganze interpretiert worden ist. Und zwar, ähm, wurde das eigentlich vom Nintendo Boss of America, Reggie Fees Army, gemacht. Ähm, also durchgeführt, bis dann man zum Nintendo Treehouse geschaltet hat. So ein Nintendo Minute, das ist so eine Art amerikanisches Format, wo man halt kurz über Nintendo redet. Und was meistens über eine Minute geht, manchmal fünf Minuten, manchmal unboxen die auch was. Und da haben die auch irgendwas mit Smash Bros. gemacht. Ich habe es aber nicht genau gesehen. Da kamen auch die ganzen E-Shop-Spiele vor. Und es war halt ziemlich, ähm, witzig interpretiert. So, also, ähm, die E3-Zuschauer, das waren irgendwie... Alles war so spielzeugmäßig. Und auch, ähm, was ich auch sehr witzig fand, als Bowser & Peach da so standen. Und Peach den Donut einfach so weggenommen hat vor Bowser. Also, das war alles relativ witzig. Also, Nintendo hat da auch praktisch sich selbst irgendwie parodiert. Ich finde es so toll, dass Nintendo sich so gelassen lässt. Deshalb sind auch die ganzen Parodien auf YouTube, äh, wie zum Beispiel, wie man mit der Nintendo Wii U spielt, ähm, nicht, äh, gesperrt. Das ist an sich eine gute E3 von Nintendo, allerdings mit ziemlich viel Luft nach oben. Ich denke mal, Nintendo will wieder zu den Losern gehören dieses Jahr. Aber Nintendo-Fans hat hoffentlich befriedigt, alleine was von Zelda zu hören. Das ist eigentlich relativ gut. Und zu den anderen kann ich sagen, ich hab noch was von Microsoft mitgekriegt. Ganz kurz, wegen Conker. Weil Markus hat ja dazu ein Video hochgeladen, also Let's Play Markus. Könnt ihr euch ja mal bei anderen Kanälen informieren. Von mir gibt's nur was zu Nintendo. Hallo, schreibt ihr doch mal eure Meinung, wie hat euch das Line-Up von Nintendo gefallen. Und wir sehen uns in anderen Talking-Videos über die, über Nintendo Directs vielleicht wieder. Aber ich möchte nicht zu jeder Direct ein Video machen, das ist für mich immer ein Stress. Auch wenn sich diese Videos aufgrund der geringen Bildrate relativ gut hochladen lassen. Ja, also das war's von mir bezüglich der E3. War eine ganz starke, äh, ein ganz starkes Digital-Event. Und wir sehen uns. Ciao.